Aaron Crowe ist still. Er braucht keine Worte, um die Menschen in seinem Bann zu ziehen. In der belgischen Stadt Brügge wuchs Aaron Crowe auf. Und hier wurde er auch zum schweigenden Mentalisten. Aaron hatte eine behütete Kindheit und lebte ein ganz normales Leben. Aber eines Nachts hatte er ein wahrhaft traumatisches Erlebnis. Ein mulmiges Gefühl ließ ihn aus seinem Schlaf erwachen. Und er stellte fest, dass eine Ratte um ihn herum schlich. Eine schaurige Vorstellung für jeden Erwachsenen. Ein Horror für jedes Kind. Die Begegnung mit der Ratte lehrte ihn, was Angst ist. Und er beschloss, dieses Gefühl zu besiegen. Kann Aaron Crowe als schweigender Mentalist allen die Sprache verschlagen? Seine außergewöhnliche Mischung aus perfekt trainierter Kampfkunst und mentaler Stärke ermöglicht ihm einzigartige Performances. Immer wieder wagt er gefährliche Experimente und geht dabei jedes Mal einen Schritt weiter. Das Schweigen hilft ihm dabei, sich zu konzentrieren. Der Kampf gut gegen böse ist wiederkehrendes Thema von Aaron Crows Experimenten. Sein Sieg über die Angst soll ihn zum Sieg über die anderen Mentalisten führen. Und das ganz ohne Worte.